So, dann sind wir auch schon wieder, also, bevor ich weitermache, will ich noch kurz was sagen, ein Kollege von mir meinte so, hey, du, sag dir, ich habe ein Brot, tippe dich, mache mal bitte den Ton leiser, na, vor allem den Ton, mit dem du spielst, das heißt nicht der Ton, den du redest, sondern der von dem Spiel kommt, und da habe ich gesagt, das mache ich doch glatt, das ist ein guter Tipp, und ich finde wirklich, das ist wirklich ein guter Tipp, das ist wirklich ein sehr guter Tipp, und den werde ich jetzt auch einhalten, weil es ist, die letzten Videos sind ziemlich anstrengend zu verfolgen, und meine Stimme ist nicht so perfekt, dass man alles versteht, was ich sage, Nun ja, so, dann versuchen wir uns jetzt mal an dem Boss, und hoffen, dass wir überleben, falls es ein Boss ist, wie gesagt, Cave of Origin, okay. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass wir schneller sind, na, auch nö. Voll AP haben wir, also geht's jetzt runter in die Höhle. Hm. Oh, was zum... Mach ja nicht so komisches Zeug hier. Wow, wow, wow. Jetzt geht's nach oben. Oh, was bist du denn Lustiges? Ja, du bist tot. Und der Tod ist nicht lustig. Nein, der ist nicht lustig. Oh, was bist du denn? Was geht's noch nicht, du bist ein Tinten-Fisch. Na, komm her, komm her. Die sind ja ziemlich schwach. Der Seagrass kann reden. Der Seagrass kann reden. Äh, das war irgendwie klar. Ah. Was, 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 was hat er jetzt gerade gemacht? Der geht cheatet. Der, der ist doch jetzt gerade durch die Wand da, oder? Der ist, der ist durch die Wand. Ah, okay. Das können wir nicht. Das ist doof. Egal. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Den Haien, die bringen uns jetzt mal... Boah. Die Haie bringen uns vorher mal nix. Die nerven nur. Oh, das war wieder so ein Ding. So. Das ist doch jetzt mal bald irgendwas geben, oder? Hm, 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 hm. Ah, tüldü. Das hört sich nach Boss an. Oh, 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 da ist der. Huh. Who are you? Knowing this is the domain of the Kuras Lake, king of the sea, why are you here? Are you not trying to help the Strollites build a new world? The sea is the only world. I will defeat anyone who helps the Strollites. Whoa. Whoa, 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 whoa. Junge, Junge, Junge. Chill mal down here. Chill mal down, chill mal down, chill down. Ah, Mist, wie ich... Whoa, whoa. HP, 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 HP. Oh, ich bin so dumm, um HP zu fressen. Ah, was soll's. Ich weiß jetzt, wie der Gegner geht, aber es bringt mir nichts mehr. Ah, das war's. Nein, 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 nein. Hm, sorry you've been defeated. I will revue. Please keep this a secret from my father, the son. Your EVOP has been reduced slightly. Der erste Versuch gescheitert, aber jetzt weiß ich, wie er geht. Oder ungefähr zumindest. Ich versuch ihn einfach nochmal. Bis dahin... Machen wir im nächsten Part weiter. Machen wir im nächsten Part easier. Ciao. Simone. 婪